Wir wussten es ja nicht, ob die Warden haben. So, kann er das? Ja, ja, genau. Oh, schöne Map. So. Die Map-Auswahl heute Abend ist tatsächlich doch sehr angenehm bisher. Jetzt hast du es verschrien. Es ist auch im Großen und Ganzen, läuft es heute Abend auch ganz gut. Ja, jetzt haben wir alles verschrien. Er setzt nur eins auf, ich wollte gerade sagen. Ich muss Smoke gewinnen zweimal. Ich muss erst mal mit Di-Chan ein bisschen zocken. Oh! Bock drauf. Muss ja Leute verbrennen. Dabei will ich Smoke spielen, ich kann auch Bug im Angriff spielen. Smoke ist ziemlich cool, ich spiele den gerne. Perfekt. TSpon! Aufdraink! Es ist noch ne 그렇죠. Er ist auch in einem Datsang. Was? Ja! Wuh! Er ist gebetetisch! Ode! Du hast es gehört! Unterk�avimento! ich habe ein unverschämtes glück gehabt wenn nicht habe ich hier feuer habe ich nicht wurde gescannt die leute feier ja back alles gleich mal eben die du gucken zu ja wenn es ja gar nicht um die idee kommt hier fenster auf dem flur neben der bakery glaube ich ich wurde gescannt von jackal ich mache mir die kühlschrankwand auf kühlschrank wenn das in auffahrer steht one friendly operator remaining ich habe mir auch noch alle sonst verwünsche vom kühlschrank ist einer im kühlschrank ist einer nicht aber ich muss doch leute verprutzeln ok ich will ordentlichen operator bix hat es ist egal wo ich hingegen bin da war keiner da wird dann so gesagt der ist im gang ich komme zum gang weg die sind immer der weit irgendwo anders gewesen wo ich da in die ecke gepudelt habe das ist so mobbing so einfach so langsam ja es ist total über den da kann ich nicht so rennen das ist dann hören die mich ab jetzt ich werde 5 Sekunden zur Assertion. Op4 Drone, located in the Biohazard Container. Oh, wo kommt ein Schildi? Ich glaube hier ist Seiteneingang. Setting the welcome mat. Echt? Wo soll ich hier noch ein Schildi? Da ja. Blitz, der wusste auch, dass ich hier bin, aber der Penner. Der ist hier, hier bei mir, der letzte. Oben oder? Am Fenster draußen. Okay. Ich sag gar keiner, fuck. Menschenraum vielleicht. Wo sind hier Dinge explodiert, aber... Oh, hier West Empore oben, hat er vielleicht die Luke aufgemacht, weil da hat er grad in den Boden reinge... Aces, ja. Also nicht ich hab Ace, sondern es war ein Ace. Haha. Ja, ich weiß, ich hab nämlich zwei Rekord. Ah, sehr gut. Ich auch. Na, das war noch gut. Ähm... Sledgey-Mex-Sledge-Sledge-Sledge, falls irgendwelche geilen... Äh... Ja, wie willst du den Luke zu haben? Ja, wie willst du den Luke zu haben? Lass uns jetzt noch zu Ende bringen, na, das... Okay. Haha. Haha. Da guckst du, war? Oh, er hat sich gedacht, aber der Feinde her. Ah. Chapeau. Ich weiß auch nicht, der Sledge auf dem Bild sieht irgendwie aus, dass wir da irgendwie auf einen Schulausflug gehen oder nach McDonalds oder so, ich weiß nicht. Vielleicht ist das ein Schulausflug zum McDonalds. Oh, oh, voll der geile Ausflug. Biohazard Container has been located. Ich glaube so. Oh, oh. Dathias. Briefing. 10 Sekunden bevor insertion. Oh. Und am Hauptlinger, in der da rum. Mh. Zwei. 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 Zwei am Hauptlinger. Ja, Aroni und, äh... Also Spacko. 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 Aber jetzt haben sich irgendwie zwei gegenseitig erschossen. Spacko. 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 ились 밤. zu곳. Spacko. Es ist cool, dass es den richtigen trifft. Spacko. Spacko. wir sind hier mit fremd die feier aber sind das für den spasten team ja und der fünfte ist gekickt worden ja weil den team sind deswegen wenn wenn ich jetzt fremd die feier mache kann es passieren dass wir alle drei fremd kriegen weil wir ein team sind ist mir egal trotzdem allerdings briefing das ist auch richtig so wenn man das war ja offensichtlich jetzt kein unfall gerade wenn man solchen arschgeigen zusammenspielt der verdient sondern anders direkt mit gebannt zu werden so ist das auch richtig obwohl ich finde den allergeilsten team bannen habe ich mal gekriegt da haben sie mich wegen teamkills geschmissen und zwar nicht meine schuld naja dazu glauben können ich kann das video zeige ich habe mir beweis ja ja muss dir vorstellen irgendein anderer und äh ich war am side street x alley fenster bei bank und äh schinken hatte granaten und hat uns gekillt dadurch weil es gleich zwei teamkills auf einmal waren ist er gewandt worden und hat uns dann erstmals 30 minuten strafe sowas sowas hier am hotbergang ist da jemand hab ich... ne den melde ich jetzt den hab ich schon gemeldet jetzt kann ich mich noch mehr melden wegen schiefgegen das ist aber sehr gepräfeiert hier war leer aber den habe ich eh schon gemeldet wegen briefing jetzt kann ich mich nochmal melden wegen schiefgegen naja Nee. Sauerei. Ja, aber pre-firen, gut, du hast da einen gekillt und dann geht man auch schon mal pre-firen rum. Kann ja sogar noch sein. Wenn man sich viele kills nicht mit pre-fires macht. Ja, aber er hat nicht gepre-fired, also einmal quer rübergezogen über die Wand, weil, wer weiß, irgendwo dahinter ist er, sondern schon genau da, wo ich da noch war und so. Also, weiß ich nicht. Naja. Egal. Kann ihn eh nicht melden, selbst wenn ich es wollte, insofern. So, jetzt wird erstmal gefused, dass sich die Balken biegen. Der Fuse ist leider völlig nutzlos. Nutzlos? Nutzlos ist der. Da steht ja einer. Einer sollte in Preparation sein. Changing mags. Das ist, äh. Ja, ja, ein Fenster. Dreckend ein Fenster. Sehr gut. Da ist eine Tür rechts von dir. Ich hab' den Gegner gesucht. Mit der Shotgun? Ja, aber der Pipp ist eh nicht sauber. So, der macht das schon wirklich los. Äh, Stachel ziehen. Irgendwann mal. Polter, die Polter. 10 Sekunden, remaining. 5 Sekunden, remaining. Reingehen. Oh, er weiß. Oh, mein Gott. Okay, not secured in time. We failed the mission. Das ist halt übel, dass er es manchmal probiert, ne? Ja. Vor allem das Geile wär, wenn er zur Tür reingegangen wär, hätte er sogar Deckung gehabt durch den Schrank, ne? Hätte ihn gar nicht gesehen. Ja. Ja. Welcher von den beiden war das? Der Illestomer. Wer war das? Briefing. Ja. Das war eindeutig Briefing. Das ist keine Diskussion. Hm. Dass die Gunfighter am Ende verlieren ist eine Sache, das ist doch nicht zu versuchen, das ist eine ganz andere. Ja. Das ist richtig, ist sogar der, wer was? Illestoman, Minman. Genau, der. Die Gunfighter am Ende. 5 Sekunden zur Insertion. Stunning Mag! Little Moment. Op4 hasn't found the Biohazard Container. They will attempt to locate it during the assault. Hold in the door! Haupteignen, glaub ich, haben sie aufgemacht. Bäckerei, glaub ich, auch. Äh, ja. Bäckerei ist auf. Amaru haben sie. Die ist oben reingegangen. Hä? Deploying ADS! Ah, mit Shotgun, Alter. Der Typ, ne? Ja. Swapping Mags! Vor allem hat der erst mal eine ganze Ladung mit meinen Waffen überlebt. Mit den Thornwaffen. Genau der. Na gut, aber das macht sogar Sinn. Swapping Mags! Blöde Stelle, kann ich gegen drei Richtungen gleichzeitig aufpassen. Das ist ein bisschen dumm da zu stehen. Die ist auch schon tot. Ja, der Typ hat mich auch voll gekillt drauf. Activate Night, die hat das runtergeschossen. Schade. Das wäre nicht so auf dem Boden werft, gibt es an der Decke, aber wenn wir uns einmal an die Decke haben wollen. Who is found the Biohazard Container. Ich glaube, da liegt Fehlerfalle in dem Vorbereitungsraum, die müsstest du eigentlich hören, wenn da einer kommt. Okay. Und einer auch nochmal hier innen an der Tür, ne? Falls wir dann noch durchgehen. Ah, da. Der Rücken macht mir ein bisschen Sorgen. Der läuft, glaube ich, rüber zur Treppe. Kannst du das mal ignorieren. Okay, in der Bäckerei ist keiner. Ich bewache mal die Bäckerei, kann dann sagen, wenn von da was kommt. Ja, ich bin im Servierbereich hier. Okay, hier ist einer gedroppt. Beide hier, beide hier. Schießen die fast gegenseitig. Oh, da ist einer. Yes. Wenigstens. Oh, shit. Gott, kannst du auch noch einen Troll-MVP, also ich wegzusammeln. Das ist so für die Jäger-Mail. Ja. Adria ist das Kind, ey. Jetzt haben wir das noch gewonnen, Alter. Was ist denn da los? Das habe ich auch nicht erwartet. Ja, dann sieht der einem sonst ein bisschen am Hals stecken bleibt. Ja, aber das ist mit dem aufhören, weil wir haben jetzt halb zwei und... Es wird nicht besser. Ja, kranker Scheiß. Wir haben ja heute auch viel gewonnen, also fairerweise. Das lief eigentlich ganz gut, ja. Das stimmt, ja. Gut, zwei Packs. Was sind wir eigentlich? Zwei Packs mal einmal drehen. Das Hecken färbt auf dich ab, war vom Igel. Das ist eine Geschlechtskrankheit. Was? Was? Ich muss auch mal gucken, so viel Geld schafft man heute, der Test mit dem Band. Er hat es verdient, aber egal. So richtig geiler Scheiß heute Abend, aber nicht bei mir passiert. Also irgendwie waren diese Runden ganz cool, diese, die eine Bank und so, wo wir sie so halt hart überrannt haben, die waren ganz cool, aber sonst... Ich habe aber einiges completed hier, glaube ich. Immerhin. Nice.